Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shellshock Live. Heute mit dem... Dem... Ich wollte schon mit dem Drachenmeister sagen, aber das bist ja du. Mit dem Würmgott. Ja, und dieses Mal nur wir zwei. Die anderen beiden, keine Ahnung was sie spielen. Äh, Fail ist noch nicht, ähm... Ja, Fail ist noch nicht on. Und der andere spielt, glaube ich, Seven Days to Die. Nein. Ich kann ja ihm mal nachgucken. 100% Orangen Juice. Okay. Der spielt wieder Orangen Saft. Ja, und zwar 100%. Zack. Da hab ich mehr gemacht. Mehr hat. So. Boah, scheiße. Das... Das ist jetzt scheiße. Wart. Ich versuch's. Äh. Oh, knapp. Es flog... Es flog noch welche. Eine. Deswegen sag ich ja knapp. Knapp. Ah. Ja. Auch ein knapp... Knapp an 100 Damage vorbei. Wow. 25 Schaden. Okay. Ich glaube, ich werde weiterhin der Fake God für dich bleiben. Solange ich's nicht geschissen kriege, ich dich zu töten. Ja. Hast du gerade mit einem Herzschlag gezeichnet, oder was? Wieso? Der ist einmal komplett langgegläufer aus, wie so ein Aal. Herzschlag aus so'n Herzschlagmessgerät. Pulsmessgerät. Ach du meinst, auf'n E-Tack. Ja. Auf'n, äh. Ja, so kann ich die Folge auch benennen. Herzschlag-Anzeiger. So. Auch wenn's dich nicht trifft, ich glaub, das Päckchen krieg ich mit. Jep. Das trifft mich. Oh. Für 60 Schaden. Ja. Ähm. Tschüss. Huh. Oh. Ja, ich hab' die letzte Stufe. Die letzte Stufe von was? Von Flettner. Gerade gezogen. Letzte Stufe von Flettner? Stufe 4. Ich weiß, dass Flettner Stufe... vier Stufen hat. Aber was ist Stufe 4? Oh nein! Ah, nicht ganz mittig. Ja, ich weiß, dass ich nicht ganz mittig bin. Nee, ich hab' nicht ganz mittig geschossen. Ähm, okay. Also, mir... äh, mir einen Berg zu bauen, ist dein Dank dafür, oder wie? Der kam zu kurz. Der Bauarbeiter sollte eigentlich dich in die Höhe bauen. Ja. Aber perfekt am Schild vorbei. Ja. Oh, ich krieg' ich Belohnung. Ähm, für deinen Versagen. Ich hab' noch 412. Ja. Nur 659. Leugdorf. Leugdorf. Flutpinger? Pinger Flut. Die dritte Stufe. Ach so, das ist dann die... Stufe. Und... Irgendwas hab' ich schon noch bekommen. Na, ich glaub' ein bisschen Amor. Nee, Rüstung hab' ich keine bekomm' ich... Oder die Waffe... Oder die Waffe hast du schon einmal bekommen. Ich hab' aber auch nicht drauf geachtet. Ah, Superdorn. Ach so. Ja. Er hätt' vielleicht nicht so lange suchen sollen. Ja, hätt' sie jetzt suchen können. Ah. Ähm. Okay, ich hab' gedacht, die Waffe trifft mich null. Okay, das war'n bisschen dumm. Sau dumm. Ja. Eine Streuwaffe. Oh, Mann. Ich möcht' eigentlich ja jetzt nichts sagen. Was? Aber ne Streuwaffe schießt man nich' so. Ich weiß. Hm. Fast. Ich hab' gerade was gezogen, was noch leveln muss. Was denn? Ich hab' dann kein'n. Ach, die. Treffen sogar. Und das ist ziemlich gut. Damit hab' ich die jetzt auch voll. Ja. Sonst da irgendwas, was leveln muss. Nein, aber kriegst du, kriegst du ordentlich Damage. Jo, 160. Äh, Superdorn, 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 Nadelwerfer hab' ich auch schon. Magisch'n Schauer hab' ich schon. Ja, bei mir ist auch schon, ich hab' auch nur noch, äh, bis auf Heavy Flattener hab' ich schon alles voll. Ähm, ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Was war das denn? Der Schneeball. Ach, der ist aber ziemlich schlecht geflogen. Ja. 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 Davon trifft mich nur eine. Ja. Ja, mich auch. Und jetzt hab' ich nur noch beschissene Waffen. Äh. Ich nicht. Oh, Lamugru. Frösche. Äh, ach nee, ich hab' keinen Hunger auf Frostschenkel. Da fällt mir ne lustige Story ein. Ach, die Cobra schlängelt sich. Falsch. Naja, nach oben. Auf'n Baum. Yo. Fladenbrot, schreit crazy gerade. Okay. Was hat der mit Fladenbrot? Will der denn dünn? Ja, hat Hunger. Wusstigerweise, ich hatte heute Döner. Also, passt doch Fladenbrot. Ihr nehmt wieder auf. Denken ich. Es denken ich. Ihr nehmt wieder auf. Normales es und dann denken ich. Oh, Mann. Jo. 40 Damage. Oh, und ich glaub' da will gleich mitspielen. Ja. Da haben wir dann aber, äh, Arschkarte. Aber er muss sich noch ein bisschen gedulden. Äh. Noch ein bisschen. Du bist mir vielleicht lustig. Ach komm. Ähm. Was denn? Nach der Runde kommt noch eine Runde, ne? Wir sind ja erst bei Runde 1. Trifft mich nicht. Aber auch buchstäblich Arschknapp. Nee, Panzerknapp. Oder willst du die Panzerbrecher spielen? Panzerknacker, du Vollidiot. Knacker. Ja. Ups. Ja. Aber du wusstest genau, wo ich hinwollte. Wer weiß das nicht. Nee, das kann ich vergessen. Die neuesten. Die neuesten. Ähm. Die Leute, die Kinder, die jetzt in den 2000ern geboren sind. Das kann jetzt dauern. Nein, das war's doch schon. Ähm. Was? Nö. 18 Damage. Wirklich? 100% Waffe. Tracer, Eroktion und 15. Amor. Willst du mich verarschen? Äh. Nö. Ich wollte es mit einer Eroktion eigentlich zu Ende bringen. Bring ich's auch mit dem Crit. Du sagst mal eins. Wie sagst du immer Crazy und ich kritzen immer zum Schluss. Oder? So. Ready drücken. Moment. Erstmal nicht Crazy hinzufügen. Weil nach der Runde ist dann sowieso die, ähm... für die Folge erstmal vorbei und dann können wir ja mit Crazy spielen. Mach mal auf beim nächsten Cut. Was denkt der, was wir vorhaben? Ja. Ey. Er ist mein Erdbeben. Ich hasse Erdbeben. Warum? 100% Waffe. Und ich kannte nur nicht deine Flugroute. Also von daher... Ist doch alles in Ordnung. Du kennst doch jetzt noch nie meine Flugroute. Ach nee, der kam zu kurz. Ähm... Ja. Wollen wir wetten? Ich kenn sie jetzt. Sicher? Ja. Ich hab mich nämlich bei dir keinen Millimeter bewegt, ne? Doch. Ach Gott sei Dank. Das geht doch nur bei Anfang so. Treffer. Ja. Schön. Den Treffer. Ne. Die treffen sich jetzt nicht mehr. Doch. Einer. Zwei. Bumper oder ins Loch? Hm. 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 Schon wieder einer zu kurz. Hm. Alter. Warte. Seht ihr das? Doin. 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 Ja. Und jetzt kommt er wieder. Und jetzt kann er mich noch treffen. Ah, das wird zu lustig geworden. Ah, wenigstens. Hab ich dann schon mal, ähm... Ob diese Waffe auch ein Doktor ist? Wieso? Ach so. Das ist Stein. Hast du die echte Spielung nicht verstanden? Erst jetzt. Also Crazy wäre da auf Anhieb drauf gekommen. Ja, die waren... Es ist absolut... Außerdem müsste es doch dein Lieblings... Nein. Ich mag den Anime zwar, aber... An bestimmten Stelle wird er... Dämlich. Äh... Echt jetzt? Einen zu kurz und einen zu weit? Ja, du triffst diesmal besser. Äh... Ich hab die 100er Waffe. Nein! Nein! Doch! Du hast nicht die 100er Waffe. Doch! Hast du nicht? Hab ich doch! Hast du nicht! Auf zu lügen! Imploader? Ja! Ja, toll! Du implodierst und... Dadurch gewinn ich! Weil du mich ja mit in den Tod reißen musst! Ja! Ja! Ich habe noch... 14 Versuche! Ähm! Und es hat eine ausgereicht! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich kann nicht weg! Ja! Und? Das reicht nicht! Das ist zu weit! Das ist kurz! Hahahaha! Hooooooohhleee! Hahahaha! Shit! Hahahaha! Der Quilzeit gereicht! Mal wieder! Hahahaha! Also, Implosion sieht so aus und das hat auch verdammt geilen Sound! So ein BOOM! Ja! Ah, scheiße! Hast du es auch mit gehört? Ja, ich kann es mir vorstellen! Ich habe ja den Sound aus! Ah, gut, dass ich für die Sache doch den Sound doch angestellt habe! Ich werde es ja sicherlich hören! Ja! Oh! Da tut sich aber ein ziemlicher Graben auf! Ja! Und zwar einen Millimeter zu weit! Das wird ja zu einem richtigen Grabenkampf! Warum? Willst du mich auch noch... Du weißt schon, du triffst dich mehr als mich, ne? Hä? Hä? Das hat ne... 91! Wirklich? Okay! Der trifft! Und das ist jetzt vorbei! Ja, ist es doch! Sag ich doch! Mit der Hexe gekillt! Oder mit den Ghouls! Eher gesagt! Gut! Okay, das kann doch dann... Sinn daran! Was ich bin! So! Ich hoffe, die Folge hat ausgefallen! Hast du noch was zu sagen? Ah, nö! Und ich sage dann Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bye.